Das ist die Tagesbotschaft für den 24. Juni. Schauen wir uns gleich mal an, was heute auf uns zukommen wird. Und zwar sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Heute geht es darum, mutig etwas in Angriff zu nehmen, das du vielleicht vor dich hergeschoben hast. Und einfach die Kriegerin, den Krieger in dir zu wecken und es anzugehen, was immer du dir auch vorgenommen hast. Heute ist der perfekte Tag dafür. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg und einen schönen Tag. Ciao!